Vorwort Schon seit früher Kindheit zählte für mich das Autofahren zu den faszinierendsten und erotischsten Dingen überhaupt. So kam für mich eigentlich nur das Taxifahren in Frage, um dieser Sehnsucht auch dauerhaft nachkommen zu können, trotz aller Warnungen meines Vaters. Hinzu kam noch das unbändige Verlangen, außergewöhnliche Dinge erleben zu wollen, und beides konnte ich jetzt doch ganz hervorragend miteinander verbinden. Was ich während dieser Tätigkeit als Taxifahrer so alles erleben konnte, hat mich in der Rückschau noch Jahrzehnte später so manches Mal fast ungläubig staunen lassen. Hätte ich es alles nicht selbst erlebt, so würde ich wohl meine Schwierigkeiten haben, dies alles glauben zu können. Vorliegendes Buch umfasst zwei wesentliche Abschnitte. Im ersten Teil beschreibe ich meine frühen Taxierlebnisse in der kleinen Stadt Wilhelmshaven. Unterbrochen wurden diese nur durch die Einberufung zur Bundeswehr. Aber auch hier riss der Faden der Extremerlebnisse nicht ab. Ganz im Gegenteil. Um auch meiner Leidenschaft weiterhin nachgehen zu können, beschreibe ich im zweiten Teil, wie jene verheißungsvolle Anfangszeit nun in der Großstadt Hamburg fortgesetzt werden konnte. Fast jeden Tag diese aufregenden Dinge zu erleben, die mir dort begegnet sind, kam förmlich einem Dauertrip gleich. Vielleicht habe ich aber auch Situationen solcher Art angezogen. Jedenfalls verfolgten sie mich immer auf Schritt und Tritt. Ohne Netz und doppelten Boden und mit vollem Risiko zu leben, fand ich schon von jeher ungleich spannender, als die langweilige Vorgehensweise, immer alles abzusichern und ständig Garantien einzufordern. Immer habe ich alles auf Rot gesetzt und mir für mein Leben folgendes Motto zu eigen gemacht. James Dean und später auch Rainer Werner Fassbinder haben schon nach diesem Leitsatz gelebt und sich auch strikt daran gehalten. Beide haben sich permanent auf der äußeren Überholspur bewegt und früh die Bühne der Erde wieder verlassen. In dieser Form hat es bei mir nicht ganz geklappt, denn ich musste den Umweg über eine Krankheit nehmen. Durch einen Gehirntumor und 15 Folgeoperationen bin ich ohne Vorwarnung je aus meinem damaligen Leben herauskatapultiert worden. Aber auch hier sind mir viele, wenn auch eher leidvolle, Erfahrungen beschert worden. Geschichtenschreiben ist eine Art, sich das Vergangene vom Halse zu schaffen. Johann Wolfgang von Goethe und der Zeit, den Moment geht um höchst. Wir verletmen uns noch mehr, aber ich muss mir einen Ratsch der Bühne der Öl ist. Wir gucken uns dahin, dass der Bühne 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 des Bühne der Bühne der Bühne. Untertitelung des ZDF, 2020